In Österreich, Belgien und den Niederlanden haben wieder zahlreiche Menschen gegen die Corona-Maßnahmen in ihren Ländern protestiert. Hunderte wurden festgenommen. In Wien versammelten sich Tausende zu einem nicht genehmigten Protest, einem Corona-Spaziergang. Die Stimmung war teils aggressiv. Mindestens zwei Polizisten wurden angegriffen und verletzt. Auch Vertreter der extremen Rechten nahmen laut der Agentur APA an der Kundgebung teil. Es geht hier um die Demokratie in diesem Lande, wenn Demonstrationen abgesagt werden, wenn politische Veranstaltungen abgesagt werden. Er erinnert das sehr an den Februar 1934. Auch in Brüssel gingen viele Menschen trotz eines Demoverbots auf die Straße. Rund 200 von ihnen wurden festgenommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, da sie Ausschreitungen wie in den benachbarten Niederlanden befürchtete. Belgien gehört zu den am stärksten von Corona betroffenen Ländern in Europa. Ich bin hier, weil ich es nicht richtig finde, was hier wegen eines Virus veranstaltet wird, das überhaupt nicht so viele Menschen umbringt. Jetzt sterben die Menschen, sie verhungern. Sie können nicht arbeiten, kein Geld verdienen. Ich finde das nicht mehr normal. Vergangene Woche war es in den Niederlanden wiederholt zu massiven Ausschreitungen gekommen. Die Polizei zeigte daher jetzt umso stärkere Präsenz. Eine überwiegend friedliche, aber verbotene Demo wurde abgebrochen. Und auch in Slowenien haben Menschen gegen Corona-Maßnahmen protestiert. Grund war eine erneute Schulschließung für zehn Wochen. Die Eltern sind sauer, da sie Schulen, im Gegensatz zu Pflegeheimen, nicht als Infektionsherde ansehen. Mama, opa!